Jo moin der Flüte und auch heute liebe Landraten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online via Iconian War. Ich bin der Ander und mit mir dabei ist der James Chakotay. Malzeit. Jo, Russian through the Iconian War. Ähm, ja, nächste Mission. Wollen wir uns mal um die nächste Episode kümmern. Die heißt, äh... Haus Peck. Genau. Die Iconianer haben ihren Krieg gegen die Milchstraße in den Alpha- und Beta-Quadranten getragen. Wir müssen einen Widerstand formen, wenn wir überleben wollen. Ramir von der geheimen klingonischen Organisation namens Haus Peck hat darum gebeten, dass sie sich mit ihm im Dynasia-System treffen. Er will mit ihnen über eine Mission sprechen, die darauf abspielt, abzielt, oh Gott, den Iconianern zu vermitteln, dass wir sie nicht ohne weiteres unsere Heimat zerstören lassen. Noch einmal spielen. The Empire requires your assistance with a covert mission, deep in Iconian territory. It is dangerous, but if successful, it has a chance of turning the tide of the war in our favor. Report to the Dynasia-System. There you will meet a man named Ramir. He wants to explain the details of the operation to you personally. Akzeptieren. Die Dynasia 2, dieser unbewohnte Klasse-M-Planet, befindet sich seit Mitte des 23. Jahrhunderts, als eine archäologische Expedition der Vukrania seltsame Ruinen auf dem südlichen Kontinent des Planeten entdeckte und der Quarantäne der Föderation. Was ein Satz. Wissenschaftler vermuten, dass die Ruinen, scroll, 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 ikonianischen Ursprungs sind, da die Nasianisch eine der drei Sprachen ist, die der ikonianischen ähnelt. Alle Anfragen auf Expeditionen in das System wurden bisher abgelehnt. Warte, im 23. Jahrhundert? Gibt es da irgendwie eine Tos-Folge, die mit Dynasia zusammenhängt? Du als Tos-Experte? Also wenn da eh noch keine Expedition hingegen bisher, ne, mir besagt das jetzt auch nichts. Okay. Dann, beginn. Die ikonianer kamen in Tos auch noch überhaupt nicht vor. Ready for Transport. Transport bestätigt, Sir. Die Intrepid wird bereitstehen, bis sie zur Rückkehr bereit sind. Bestätigt. Mit Ramir sprechen. Kaplar! Und willkommen an der IKS Hague! Mein Name ist Ramir und das ist mein Schiff. Hm, sie haben nach mir persönlich gefragt? Deine Reputation, um das Job zu machen, beherrscht euch. Allianz-Kommand hat mir die Möglichkeit, zu wählen, wer uns auf dieser Mission zu unterstützen würde. Und dein Name war am Topf der Liste. Aber sie haben sich bisher noch nicht sonderlich viele Rufe erworben. Wenn ihr nicht über meine Team oder unsere Missionen wissen, dann bin ich erfolgreich. Es sind viele Bezahlen, die in der Schadung geworfen sind. Jetzt, wenn ihr keine weitere Fragen habt, folgt mich in die Briefingruppe. Ich werde dir mehr Details über unsere Missionen dort geben. Ich möchte mehr über House Pegg erfahren. House Pegg ist der Kodename für eine diskretete Gruppe, die dem Empire serveert. Meine Team sind alle Krieger. Aber du findest uns nicht, die grünen, Battlehymnen, oder die Begegnung gegen eine Armee zu führen. Guile und Secrecy sind unsere Weapons der Wahl. Anklist? There is honor to be found, even in dishonesty. If an enemy force can be felled by words, or the simple removal of one troublesome individual, the entire Klingon Empire is strengthened by the acts of a few brave men and women. My warriors do not use poison, and we look our targets in the eye, before they die. But there is no need to shout, when a whisper carries more meaning. Eine äußerst aufgeklärte Anschau. The past few years have brought about many changes in our ways, and a warrior who only uses one weapon, would be a poor warrior indeed. As the mighty Kalis once said, a well-aimed blade can sometimes achieve more than a fully armed armada. Now, let us begin the briefing. Gehen Sie voran. Ach, schön. Den Grund haben also auch sowas wie Sektion 31. Ja, alle haben noch sowas. Na, schneidet sich's gut an der Wand. Oh, ein Tag mit Sitzkissen. Ja. Also nochmal mit Ramir sprechen. Data recovered from the station in the Kalbryden system has pinpointed the location of a second base in the Danesia system, containing several of the Iconian's Omega generators. I understand you had a hand in recovering this information. Die Information ist geheim. Of course. Nevertheless, we have the coordinates of the Iconian base. Our plan is to sneak in and sabotage the Omega generators. Taking them out will cripple the Iconian's ability to refine the Omega-Molekules that fuel their Gateway-Networks. Wie sollen wir unbemerkt in das System gelangen? Infiltration is our specialty. And we have technology not available to other ships of the fleet. Our cloaking device can extend to protect your ship as well. That should be sufficient to protect us. Das klingt gefährlich. Was ist, wenn die Iconianer uns finden? Dann kämpfen wir. Ich hoffe, wir werden auch unseren Weg rauskriegen, nachdem wir die Omega-Generators detonieren. Ich hoffe, dass eure Crew auf die Herausforderung ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit vorreißen in einem Umkreis von Lichtjahren, um das Dynasia-System unmöglich zu machen? Jedwedes Risiko auf eine Omega-Detonation ist zu hoch. Ich möchte mit ihren Technologie-Experten sprechen, um eine bessere Lösung zu finden. Verstanden. Verstanden. Mit Blair sprechen. Mit Blair sprechen. Was willst du? Ramir schlug vor, mit Blair zu sprechen. Warum? Unsere Missionsparameter. Ramir sagte mir, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Zerstören dieses Generators eine Omega-Kettenreaktion verursachen könnte. Es muss einen besseren Weg geben. Wir haben die Technologie, Omega-Partikel zu stabilisieren. Das wird aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Genau. Wenn wir die Partikel in ein oder mehr Omega-Molekülen stabilisieren würden, würde die Chance einer Detonation sehr reduziert werden. Ich brauche, einige Nummern zu fahren. Wir müssen uns mehr Zeit in der Facilität geben. Und es gibt ein größeres Risiko der Erkrankung. Aber es könnte die bessere Option sein. Ich bin einverstanden. Machen Sie Ihre Berechnungen. Ich werde die Missionsparameter aktualisieren. Ich bin einverstanden. Angst vor ein bisschen Gefahr. Ich ändere die Missionssiedler ab und das ist auch notwendig. Ich will nicht für den Verlust von Warbur-Reisen in dieser Region verantwortlich sein. Das habe ich gehört. Alles fertig. Nee, er hat gerade wieder angefangen. Hehehehe Beam to ship Übersetzung Nevanlon Hm? Nur ich alleine? Das habe ich mir gerade auch gedacht Einverstanden Was für ein Glück? Wir haben die Lokation der Fassilität Meine Team wird euch auf der Boden treffen Dann armt eure Weibungen und vorbereitet uns für die Krieg Unsere Klocken werden uns nicht gut machen, nachdem die Heralds unsere Sabotage finden Einverstanden Oberfläche scannen Oberfläche scannen Um die Interferenzen zu kompensieren Rufen Sie Ramir Drei Kallikams sind 8 Kilometer, korrekt? Ich werde den Tripit auf die entsprechende Distanz bringen Drei Kallikams Drei Kallikams Drei Kallikams haben Drei Kallikams Drei Kallikams Drei Kallikams sind Drei Kallikams sind Drei Kallikams sind Das außenteam wird sie im Transportraum erwarten, sobald sie bereit sind Ich glaube, wir können einen Arzt gut gebrauchen. Mit Ramir sprechen. Die Omega Generatoren erzeugen enorme Störungen. Die Umgebungsstrahlung ist recht hoch. Wir sollen los. Jetzt, dass wir auf dem Ort sind, gibt es etwas, was Sie wissen müssen. Nur weil ich Orden hatte, die Ihren zu verliehen würden. Ich bin nicht der Liedler von Haus Pegg. Jetzt, dass wir die Anrufe geschlossen haben, ist es sicher für ihn, zu uns zu sein. Ich weiß es, ich weiß es. Ramir zu Haig, wir sind bereit für ihn. KALES! Ja, mit Kales sprechen. Kaplar, Sie und Ihre Team haben heute so gut gemacht. Jetzt, lasst uns unsere Feuern vonqueren! Ich wurde darüber nicht informiert. Wer sind Sie? Ich bin KALES, Emperor des Klingons Empire. Ein Liedsrichter für die Mysterien der Wissenschaft, durch das Blut, das in der alten Knife von Kiron steckt. Hm, ihr seid ein Klon von KALES? Was machen Sie hier? Ich bin mehr als ein Fingerhead. Ein Mann kann nicht ein Empire von Kriegen sein, ohne sich ein Kriegen zu sein. Ich stehe den KALES, ein Weapon von Fables, für die KALES die Unforgettbar, in den Fäden des Kristok-Volkans, und in den Wäldern des Wäldern des Lusor. Diese Wälde sleut den Molor, hat die Fäkirien, und hat eine mächtige Empire gegründet. Nun werde ich es gegen die infernalen Wäldern des Dämonen der Erde und der Dunkelheit gegründet werden. Es gibt immer noch die Wälde für die KALES. Es ist ein Symbol der eterlichen Glückwunsch. Niemand, der es benutzt, kann es befeiert werden. Nossa-Mechan ist so ein KALES Wisconsin. KALES, Da muss ich sehen, es kost shelb, und tatsächlich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hello Links Sensors are picking up a different Omega generator My team will handle this one Erold Nein, Harbinger Die sind auch etwas gemeiner Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh ich hab mal drei gekriegt toll jetzt ist keiner mehr da was hast du bekommen ich hab mal drei geschütztürme gekriegt und dann ist keiner mehr da wir haben ein terminal gefunden jedoch können wir die daten nicht lesen hier bitte versuchen sie ihr glück hmm this is interesting there are battle plans here for the delta quadrant the iconians were advising the vod war for months before the conflict started there in fact the iconians insisted that the vod war start their attack in the krenim imperium although they didn't say why i also see data on where the omega energy is being distributed this is good if we use this we can attack the subspace stations where oh no was gibt es one of the iconians is here ich jetzt anwesenheit ändert nichts in unseren plänen wir bringen die mission zu ende jester we need to find the last generator auf geht's wie weit sind wir zeitmäßig ja ich wollte eigentlich nur das gespräch erwarten wir sind bei 26 minuten ok ja freunde wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin mors mors kommentieren und abonnieren und dann james hat die letzten worte bis zum nächsten mal vielen dank fürs zuschauen macht's gut moment apropos der der einer der zuschauer des namens ich gerade vergessen gottmein 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 der weiß nicht fragen stellen können auf die er dann kommentieren kann weil ihm gehen so langsam die kommentare aus die er schreiben könnte gute folge sehr schöne folge ja stimmt stimmt genau nice folge ja hatte ich gelesen ähm ihr könnt ja mal schreiben wen diese gute den gunnen da belehrt weil die heißt ja belehrt ne oder ist sie vielleicht unbelehrbar haha haha oh oh god hehehe nein der anu denkt sich jetzt äh ne frage aus komm ähm kennt ihr karlis kennt ihr karlis genau dann äh jetzt dann bis zum nächsten mal und äh danke fürs zuschauen und macht's gut und schwing den Hut ja moos moos dann bis zum nächsten mal und 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 Vielen Dank.